Hallo und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von SnowRunner. Ein wunderschön, du wünsche euch. Heute machen wir eine Werkzeuglieferung zur Farm mit Schiebeplanen auf Liga. Ich hoffe, es gefällt euch die Folge und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr es gerne abonnieren, das wird mich riesig freuen. Und falls euch gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. So, jetzt würde ich sagen, legen wir los. So, da bin ich heute mit dem unterwegs. Ja, ich glaube, das wird gehen. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, wo es hingeht. Ah, das ist ja gleich da unten. Das ist ja nicht das Problem. So. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir einmal los. So, Handbremse raus und geht schon. So, wenn euch der Ton so passt oder der Sound kommt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Außer es ist zu leise, dann stelle ich es lauter. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für eure nette Bewertung der letzten Videos. Das freut mich, damit es euch gefällt. Und ja, das macht dann auch Spaß für euch, wieder coole Videos so produzieren. So, dann fahren wir einmal weiter. Oh, das ist schon ein Hindernis, aber das werden wir gleich meistern. Oh, das macht auch gut, der schöne LKW. Ach so, jetzt haben wir... Au. Jetzt haben wir, glaube ich, was falsch gemacht. Oder? Ja, fahren wir einmal dorthin, dann schauen wir mal. Ah, ja, jetzt fahren wir erst einmal richtig arbeiten. So, machen wir um den Lost Gong eine. Geht nicht. Machen wir automatisch. Und so geht es da hin. Jo, jetzt werden wir einmal schauen, was er dann sagt, wenn wir bei der Farm sind. So, jetzt haben wir Egleiter. Das können wir jetzt schnell machen. Und jo. Ah, da kann man das auch holen. So, jetzt haben wir Egleiter. Das können wir jetzt schnell machen. Und jo. Ah, da kann man das auch holen. So, dann sind wir auch... Jo, so, dann sind wir schon... Ah, da sind wir uns zu Hause. Ah, das war die Ecke. Ah, das war die Ecke. Dann würde ich sagen, was das, nehmen wir das einmal an, jetzt haben wir 1058 Euro, was gibt es jetzt als nächstes, wo ist das, würde ich sagen. Ernährung. Mal schauen, wo ist Ernährung. Jo, dann schauen wir einmal kurz, wo es ist. Jo, fahren wir einmal zurück. Dann schauen wir einmal kurz weiter, was wir noch für eine Aufträge so bekommen. Und ja. Dann war es das mit dem Auftrag schon einmal. Den haben wir schon abgeschlossen. Und ja. So, jetzt geht es wieder vorwärts. Und dann haben wir, was wir noch für eine Aufträge so haben. Aber mit dem geht es ja schnell. Wenn wir genug Geld haben, dann holen wir uns noch einen besseren. Aber dabei haben wir nicht mehr Geld. Deswegen können wir uns jetzt momentan Kampen sein lassen. Jetzt schauen wir damit, wenn wir da wieder durchs Wasserloch kommen. Aber da ist ja mit dem Unhinderschön durchkommen. Also kommen wir jetzt an. Hoch, das war jetzt die Feder. So. So. So, ich muss einmal durch und wieder zu. Wieder. Errasch. Was man nur für eine Aufträge haben. Egel, Holzblank, Einträger, was gibt es noch? Ah, wir nehmen einmal den noch an und jo. Wo war das denn? Ah, das war der falsche, sorry. Wo brauchen wir einmal Ziegel, Holzblanken, Stahlträger. So, und fahren wir jetzt einmal zum Lager auf und holen wir einmal ein paar Ziegel. So, jetzt gehen wir doch mal schön wenden. So, dann gehen wir einmal auf jetzt zum Logatis holen. So, dann fahren wir mal. So, dann fahren wir mal. So, dann gehen 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 wir mal auf. So, dann gehen wir mal wieder mal. So, dann gehen wir mal wieder mal wieder. Ja, dann werde ich das einmal retten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne abonnieren, das wird mich riesig freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin macht Gott, ciao.